Kann ich das Gebäude versetzen, ne? Ob ich die hier hinsetze? Geh doch da hin. Ah, jetzt macht das, okay. Oh, okay. Irgendwas ballert. Ist da der eine? Gewinnt einen Tank gegen... Fahr einfach drüber, ey. So, ich hol dir zehn Leute, um ihnen anzugreifen. Ist ja wirklich bis dahin durch... Jetzt ehrlich. Alter, das ergibt gar keinen Sinn. Was ist denn hier los? Wer hat den Schaden bekommen? Das hier ein bisschen alles im Witz, aber... Reparieren wir es doch. Vielleicht hier bei der Benutzung im Allgemeinen. Können wir uns das mal angucken. Ja doch, kriegen wir schon einiges ab. Interessant. Vielleicht war es Gebäude... Nee, nee. Kam ja in deiner. Vielleicht Gebäude zu kaputt hatte ich gerade überlegt. So, die sind alle okay hier. Ja. Das heißt, wir holen einfach die nacheinander raus. Dann gehen wir voll drauf. Sollte er jetzt ausreichen von der Feuerpower. Ich lege jetzt als erstes die Gebäude... Die Waffengebäude lahm. Wir gehen von oben rum. Oder von beiden Seiten wieder. Das war schon ganz sexy. Ich glaub, legen los. Was macht... Habe ich irgendwo? Nee, das waren alle, ne? Wer hat jetzt hier geschrien? Steht doch einer. Werde ich auch mitnehmen. Achso, der eine Panzer noch, ne? So, wie weit sind die? Achso, erst mal. Ähm. Wichtig ist eigentlich nur, dass wir das hier zerstören... Ja, ich glaub, das ist das Wichtigste. Weil ohne den haben die eigentlich nichts mehr. Kann ja keine Gegner, egal wie viel Kohle er noch hat, keine Gegner machen. Wenn wir das haben, können wir den Laser zerstören. Und wir zerstören den Laser als erstes. Schon rüber gefahren. Als erstes ein Laser, ja. Laser kriegt als erstes sein Fett weg. Aber direkt weg. Sehr schön. Den haben wir weg. Und mein Drawfiel. Auf alles. Okay, dann würde ich sagen, hauen wir erst mal das Ding weg. Dann kann er keine nachproduzieren. Sehr schön. So, jetzt hauen wir mal Autos und so weg. Sollte auch hier ausreichen. Wenn man nichts mehr was auf uns schießen kann, von außerhalb. Ich weiß, die ganze Zeit noch der eine hier. Komm, wir gehen dann zu zehnt auf den einen rauf. Ja, Wahnsinn. Dämlich, ey. So, hier ist noch einer. Zehn Leute. Mauer ist kaputt. Er noch nicht. Weil wird er taucht. Hat er noch irgendwie was zum Fahrzeug produzieren? Das ist wahrscheinlich das Ding. Ja, okay. Fahrzeug. Macht put. Können wir schon mal ein bisschen Panzer nachliefern? Kommt die denn her? Ist das auch so lange dauert für die drei? Unglaublich. Ist das hier? Ist das eine Base? Mhm. Abgefrühstückt. Das greift gleich mal die zwei Kerle hier an. Verdammt nochmal. Okay, dann lass den wegreden. Ich glaube da unten haben wir noch irgendwie den einen Turm. So 5000 ist jetzt unsere Grenze. Was ich mal machen sollte, wenn ich das überhaupt noch brauche. Ja, okay. Aber hier, warte mal. Guck dir das mal. Ach, ist doch ein Witz. Ja, das finde ich dann aber wirklich auch dämlich vom Spiel. Ja, sag mal. Ey, Steuerung. Weißt du, die stehen da an der Base, aber kommen auch nicht auf die Idee, die zu verteidigen. Gar nicht. So, setz das blöde Ding da hin. So, setz das blöde Ding da hin. So, setz das blöde Ding. Bauen wir hier noch so ein Ding? Soll ich hier noch ein Power Plant hinsetzen? Achso. 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 Liefert doch gerade gar keine ab. Dauert. Und fertig. Achso. Achso. Dann lassen wir es. Das ist jetzt aber nicht wirklich nur das eine oder? Und der andere ist dann hochgerannt. Achso. Das wäre jetzt peinlich, wenn ich da echt noch oben ausbaue. Ne. Ok. Seht mal was auf der Karte. Dauert immer noch. So. Die Frage ist. Wo ist er? Hier sollte nichts mehr sein. Nicht, dass er da wirklich in der Ecke drin ist. Der ist weg. Die Mauern glaube ich nicht, dass ich die zerstören muss. So. Warum habe ich das gemacht? Jetzt kann ich die schneller bauen. Das ist ja keine Feinde mehr. Oder sollte ich hier alle aufbauen? Ja. Alle. Alles abbauen. Blossomtree. Ist auch immer der Macht. Klar, wir könnten ja so ein bisschen mal Zivilisten beballern. Ah ja. Ne. Ich glaube das sollen wir nicht. Schade. Ich habe keine Feinde mehr. Ich meine, würde er mir zumindest hier mal irgendwie eine Karte geben. Könnte halt gucken, ob in der Mission noch mal ein anderes Ziel wäre. oder? Doch. Ich aber nicht. Weil die anderen Missionen waren ja auch alle gleich. nicht. Aber was heißt alle gleich vom? Aha. Siehste? Ja. War mir wichtig auf die Mauer zu fallen. Ja. Sehr wichtig. Sag mal Leute. Ihr sollt hier drauf schießen. Ja. Und das wäre es dann gewesen, denke ich. Ja. 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 Gehen wir hier aber mal volle Kanada auf. Warte mal, haben wir hier irgendwie? Nee, irgendwie. So, warte mal, vielleicht. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Beleid, das Zeug mal weg. Irgendwo muss hier noch ein Feind rumlungern. Ach, okay. Ja. Gut. Du hast nicht mal die Mauer zerstört. Danke. Toll. Hätte ich einfach mal die Beschreibung gelesen. Bin mir aber immer noch nicht sicher. Wir haben das alles erledigt. Gut, gehen wir mal rum. Vielleicht stören die Teile hier noch. Weiß es nicht. Die Teile kann ich nicht angreifen. Okay, wenig Power. Können wir sowas nochmal bauen? Hier so Power Plant. Ach so, okay. Ja, vielleicht lassen wir das. Vielleicht steht, dass die Boote vor dem Ankommen. Ja, das war das. Ah, hier habe ich die Karte. Was sagt mir? Da unten ist was, da links ist was und da links in der Mitte ist was. Ach, kann ich mit dem Power Plant die Karte freischalten? Und du brauchst genügend Power um die Karte zu sehen? Du musst jetzt fast die Zivilisten-Dinger weghauen. Ansonsten nix Idee. Okay, die greifen aber von selbst an. Da habe ich eigentlich nicht hingedrückt. Warum springen die Zivilisten und warum schießen wir Zivilisten ab? Das war ein Unfall. Mein Zivilisten können schon nervig sein, ja. Aber... Ich kann mir nicht vorstellen, dass das richtig ist. Die verfolgen die ja auch, ne? Das wäre mir jetzt als Zivilist sehr unangenehm. Das hat schon Spaß gemacht. Nun ja. Ich gucke nach, ich finde hier nichts mehr. Die Küste, geht es hier rum, oder was? Ne, sag mir nicht, dass da jetzt noch ein rotes Feld ist. Da. Ach. Ist aber neu. Dafür ist der Erst-Strike. Was mache ich denn hier? Ist die Mission vorbei? Und dann hat wieder das Spiel gehangen. Das ist doch Witz jetzt, oder? Kann ich hier eine Base bauen? Kann ich nicht, oder? Kann ich? Kann ich hier Baracken bauen? Kann ich nicht. Ah, ja, okay, das heißt, ich bleib hier erst mal stehen, nehm mir einen aus der Trubbe. Ah, okay, der lädt auf. Ah, baller mich nicht ab, Kollege. Müssen wir erst mal gucken, was wir hier Schönes haben. Wahrscheinlich muss ich dann auf noch einen Fire-Strike warten. Schön, dass ich den gerade so verballert habe. Uh, guck mal. War Geld, oder was? Ach ne, ist wieder voll unser Silo. Ich hab eh nix mehr zum Kaufen. Wenn's mir Flugzeug verkaufen, dann bin ich dabei. Wann war das bei Heroes of Might of Magic, wo das auch so typisch war mit Karte auf der... Naja, eigentlich überall ne Stronghold und so auch. Ja, Stronghold kam halt später, ne? Das wird ja als Vater, Mutter, Geschwister der Echtzeit-Strategie-Spiele gesehen. Wir können jetzt von verschiedenen Seiten das Ganze angreifen. Ist noch nicht verfügbar. Komm, wir gehen jetzt erstmal Kamikaze mäßig drauf. Ich pack den jetzt nämlich mal... Die machen wir jetzt erstmal zu Kanonenfutter. Das kann ich mit am besten. Das ist mein Hobby. Ich mein jetzt von der Seite werd ich den hier nehmen. Und... Hier angreifen. Und mit denen greife ich den hier direkt an. Weißt du? Was lustig ist, ich brauch den Airstrack gar nicht, aber ich schau ihn jetzt drauf. War das mal ein Abschiedsscreen? Ah, sehr schön. Level 9 geschafft. So in etwa sah das aus. Bloß halt ohne Boot. Ach nee, es war ja das, was danach kam. Ja gut. Sehr schön. Wir haben das Level geschafft. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Macht keine Dummheiten. Ne, ne Stunde, 20 gedauert. Das geht. Das ist durchschnittlich. Schönen Abend euch noch. Bis dann.